Hey Leute, ich bin's Winkie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute ein und andere Person, weil wir auch das gleiche anhaben. Und ratet, von wem beide Hoodies sind? Von mir nicht. Heute gibt's Arten von zusammen schlafen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollten jetzt schlafen gehen und deswegen dachten wir... Dachten wir, drehen wir ein kleines Video dazu, wie wir persönlich immer so einschlafen. Genau, alle Arten, die gleich kommen, sind bei uns natürlich allgegenwärtig. Ganz genau. Jede dieser Arten ist plausibel. Auch nicht übertrieben oder sonst was. Und, was man dazu sagen muss, es gibt noch weitere 6 Arten auf meinem Kanal. Ach, machst du jetzt Eigenwärmung für dich? Ja genau, bei mir findet ihr den ersten Teil bzw. den zweiten Teil, das ist ja echt egal. Und auf seinem Kanal den anderen Teil, da sind auch ganz lustige Arten dabei. Das heißt für euch, ihr guckt jetzt erst dieses Video bis zum bitteren Ende. Dann gebt den Daumen nach oben. Dann schreibt dir Hashtag Vance in die Kommentare und dann geht's zu ihm. Dann geht ihr auf mein Video und macht was auch immer, egal, verlangt. Aber da ich dann da verlangen werde, dass ihr dann ihr Video anguckt, müsst ihr aufpassen, damit ihr nicht in eine Dauerschleife geratet. Und dann fangen wir an, oder? Ja, ich würde sagen, schnacken wir nicht so lange rum, sondern gehen direkt schlafen. Oh verdammt ey, das war gut. Ja. Ja, ich würde einfach sagen, schnacken wir nicht so lange rum, sondern gehen... Sondern fangen die... ach verdammt. Dann würde ich einfach... Dann würde ich sagen... Oh man, lass mich das sagen, wir sagen nur das schnacken. Ich habe keinen Bock mehr, wir fangen jetzt an. Nein, ich will das Intro machen. Dann würde ich einfach sagen, schnacken wir nicht so lange rum, sondern gehen direkt schlafen verhext. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Alter, jetzt reicht's! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Alles gut! Gott, endlich! Okay, Babe, gute Nacht! Ich liebe dich! Ich dich auch! Ein bisschen dicker. Ist eigentlich voll unbequem. Ja, komm her. Ach, besser. Komm her, mein Schatz. Oh, ist das schön, zusammen mit dir einzuschneiden. Oh, ich liebe das. Oh, das würde ich niemals eintauschen. Ich werde das niemals satt haben. Das ist so schön. Komm her. Ich liebe dich so sehr. Oh, ich dich auch. Komm her. Gute Nacht. Komm her. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was guckst du da? Simult departments Hau auf! Ich habe nicht mehr Böckchen gehabt. Das war jetzt auch für ein paar Sprobuel versuchen. Alter, geht's noch? Alter, ich hab die ganze Zeit deine Haare in der Fresse behalten, bitte. Hör auf sie mir in die Fresse zu schmeißen. Ja, warum soll ich die denn in deiner Fresse? Alter, lass es jetzt. Alter, kannst du es mal lassen, bitte? Ich hab dir die ganze Zeit im Gesicht. Ich hab... Lass es. Okay, das reicht. Puh! Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wenn ihr wisst, was ihr zu tun habt. Es war mal ein bisschen kürzeres Video, aber es ist auf jeden Fall mal entspannt, glaube ich, super zwischendurch. Falls ihr den Teil bei Handsy Boy noch nicht gesehen habt, schaut das. Ich hab's mich in meinem Leben noch nie Handsy Boy genannt. Warum jetzt? Warum jetzt? Bye! Handsy Boy sei ruhig! Nee, nein. Ja, schaut bei mir gerne vorbei. Aber nämlich nicht Handsy Boy. Danke! Gebt einen Daumen nach oben und... Nein, ich hab noch ne Videofrage. Ach so. Schreibt in die Kommentare, ob ihr vergeben oder Single seid. Und ob ihr... Aua! Und ob ihr die Arten... Die Einschlafarten kennt. Weil ihr vergeben seid. Oder Single. Sonst wollte ich's einbringen und hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!